Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist Sonntag, der 18. Juni. Also ich habe jetzt kein Heu gemäht, weil ab morgen haben die wieder unbeständiges Wetter gemeldet und bis morgen hätte ich das nicht fertig gekriegt bzw. wären die Ballen nicht weg gewesen. Aber dafür sitzen wir heute auf dem schwarzen Deutz. DX 250 Black Beauty. Ne, so ähnlich. Irgendwann hat er eben auch Forstarbeiten gemacht. Ich habe erstmal einen Hass weggeräumt. Das ist krass. Ah, das ist weil der VASO Gruß ist. Weil die Ballen nicht geschnitten sind. Oder so das Lichtraumprofil. Da muss er mal erneuert werden. Das waren schon ganz schöne Trümme. Also ich habe es nicht gemerkt. Ich habe mal nicht gesehen. Hab ich. Das ist immer gut, wenn man Leute hat, die aufpassen. Überall muss man gucken. Ja, so ist das. Und deshalb fahren wir heute mal Ballen. Jetzt fahren wir hier hin. Man sieht es gar nicht. Ich zeig dir den Herrn mal von außen. Der ist hier auf der linken Seite ist der auf. Ich weiß nicht, da vorne zwischen den Bäumen ob man sieht das Gestell. Da steht der andere Ballwagen. Aber das sehen wir alles noch. Und ich denke, wir sehen das auch von oben aus der Luft. Wir sehen uns, wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Kommen hier noch 2, 4 drauf Die Stange wieder dran Also 8 kommen noch drauf Dann ist fertig Jetzt habe ich das System auch mit dem Anhänger hier kapiert Weil Philipp gesagt hat, mach mal die Stange raus Und dann wusste ich es erst Und dann geht's 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 So Sollte Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020